Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Heute spielen wir ein bisschen The Long Dark, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Würde ich gerne weiterzocken. Also, machen wir das einfach. In der letzten Folge haben wir ganz heroischen Bären besiegt. Typischer Dienstagvormittag. Und jetzt sind wir aktuell in der Mission. Neue Hoffnung. Wir müssen bei Nacht in den Damm gelangen, während der Himmel leuchtet. Und das, also nachdem wir, wenn Bären weggeprügelt haben, werden wir das auf jeden Fall hinkriegen, in irgendein Damm reinzulaufen. Wir sind übel überladen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr ein Problem. Deshalb machen wir jetzt von was. Wir legen jetzt alles ab, was wir nicht brauchen. Alles weg. Dosenöffner ist schon geil. Weg. Weg. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind fast 10 Kilo überladen, ey. Was macht man denn mit zu viel Scheiß? Oh, haben wir vier leere Dosen. Brauchen wir einen schweren Hammer? Ne. Brauchen wir getragene Shishu? 4 Kilo. Komm, die brauchen wir auch nicht. Sind wir mal ehrlich, ein paar Steine, 10 Steine brauchen wir 10 Steine. Ne. Brauchen wir auch nicht. Okay. Brauchen wir geschmackloses Reh? Ne, wir sind geschmacklos genug. Da brauchen wir kein Reh dazu noch. Ne, kann man da was weg schnabulieren? Ne. Ne, nicht viel, nicht viel. 0,63 Kilogramm. Guck mal, brauchen wir so viele Fackeln. Tadaaa. Lampenöl weg. Ja, soweit so gut. Okay. Das hätten wir schon mal erledigt. Also ich hab echt eher so das Gefühl, in einem ständigen Kampf gegen mein Inventar zu sein. als gegen irgendwas anderes. Die Natur oder so. Nun ja. Schauen wir mal auf die Karte. Okay. Kriegen wir hin. Gehen quasi hier lang und dann folgen wir der Bahnlinie. Und dann vor der Brücke. Okay. So. Ihr werdet's wahrscheinlich kaum glauben, aber eigentlich besteht der Q bei diesem Format ja darin, dass ich nicht so viel rede. Gut, funktioniert bisher. Ne, eigentlich will ich mehr so die Fresse halten, damit ihr ein bisschen von der Atmosphäre, vom Game mehr aufsaugen könnt, wenn ihr so wollt. Also werde ich das jetzt aufmachen. Ich werde ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr Atmosphäre. Und nicht, dass ihr euch wundert, warum ich nichts sag, das ist schon gewollt so. Und jetzt bin ich ruhig. Und jetzt bin ich ruhig. Oh, nicht dein scheiß Ernst, Junge. Ach, ich bräuchte schon ein paar Steroide jetzt eigentlich. Komm, 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 komm. So. Verstaucht. Was mach ich denn gegen verstauchtes Handgelenk? Muss ich das schienen? Ach, scheiße. Diese Behandlung war wirkungslos. Das muss ich. Oh. Wo ist jetzt der verbannt? Aha. Habe ich doch gleich gemusst. First try. Gut, weiter. Cauch. So. Ich fange mal ein bisschen im Hintergrund an. Zu fiedeln für euch. Ich fange mal an. Ich fange mal an. Das ist mir vor Schreck einfach ein Reh aus der Hose gefallen. Ich fange mal an. 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 Ich fange mal an.